ich habe in meiner recherche festgestellt dass die ladeschlussspannungen scheinbar über die jahrzehnte geändert wurden oder dass da eben was nicht passt und in diesem zusammenhang habe ich mir mal ein paar bücher besorgt auch vor allen dingen sehr sehr alte bücher die eben dann eine ganz andere sache widerspiegeln als allgemein bekanntes sage ich mal ja ich habe viele jahre mittlerweile jetzt ein jahrzehnt über ein jahrzehnt mich mit bleibatterien beschäftigt und ich kann auf jeden fall nachvollziehen dass das was in den büchern steht dass über die jahrzehnte sage ich mal insgesamt dann über ein jahrhundert lang die ladeschlussspannungen nach unten korrigiert wurden um den bleiakku eben ja für die wegwerf gesellschaft bereit zu machen wenn ihr wollt dass ich da noch näher darauf eingehe warum wieso was das macht und warum dann haut man kommentar unten rein und dann mache ich mal noch ein ergänzungsvideo oder so viel spaß beim video wir haben jetzt die den stand von heutzutage von 2023 hier geben sie an zählenspannen einen typischen wert von 2,3 bis 2,35 volt ironischerweise wird hier noch geschrieben bei offenen bleiakkumulatoren mit flüssigen elektrolyt ist überladung weniger kritisch dadurch die ausgasung entstanden verluste mit destilliertem wasser ausgeglichen werden können die gasung ist bei nass bleiakkus sogar erwünscht da die aufsteigenden gasbläschen nach dem prinzip der mammutpumpe eine durchwälzung der säure bewirkt und so eine sich im laufe der zeit mögliche ausbildung von säureschichten verschiedener dichten vermindert dann da man aktuell bei einer ladeschlussspannung ich habe jetzt mal die 2,35 genommen von 14,1 und wenn wir die 2,4 annehmen sind wir bei 14,4 volt stand 2023 dann habe ich aus meiner leerzeit hier noch dieses buch ich blende euch das natürlich ein und da findet man unter dem punkt ladeschlussspannung hat eine batterie beim laden eine spannung von etwa 14,4 volt erreicht so fängt sie bei weiterem laden stark an zu gasen und klammern gasungsspannung während des gases wird durch elektrolyse ein teil des wassers in wasserstoff und sauerstoff zerlegt es entsteht das hochexplosive knallgas interessanterweise ist hier auch noch unter punkt ladeschluss spannung also wir haben immer ladespannung und immer ladeschluss spannung was auch schon komisch ist wie ist die spannung die erreicht wird wenn vorschriftswidrig bis in den gasungsbereich geladen wird entlammern zählspannung ca 16,5 volt schon mal interessant ne nächste punkt ist von dem tabellenbuch für die kraftfahrzeug technik das ist von 1967 so ich habe das ganze buch durchwälzt aber ich finde nix ich finde nix explizit über die ladeschluss spannung jetzt hier so das ist sehr interessant schon dass wir haben einmal also ich habe dann bei der lichtmaschine geguckt die die batterie eben auflädt und dann müsste ja in dem buch für kfz lern das drinne steht direkt steht es nicht drinne was schon ein bisschen auffällig ist und zwar haben wir bei einer 6 volt batterie 12 volt batterie und 24 volt batterie die lade leerlauf spannung ohne belastung ich habe dann mal die drei angaben die man hier haben mal ausgerechnet und da ist auch schon wieder komplett komisch dass bei einer 6 volt batterie haben wir 2,6 volt lade schluss spannung in dem buch laut dem buch oder laut der leerlauf spannung dann bei einer 12 volt batterie 2,5 volt nur noch und bei einer 24 volt batterie 2,3 75 volt also hier sind schon drei verschiedene angaben wobei man da auch noch fast bei den angaben sind die wir alle kennen dann kommen wir zu dem buch von 1941 in dem buch ist das der accumulator bleisammler fand ich auch ganz interessant und da haben wir bei spannung einer zelle steht hier am ende der ladung 2,75 volt schon mal sehr interessant ist wesentlich höher also wir haben unten noch mal ein merksatz extra die erforderliche ladespannung ist in volt zellen zahl mal 2,75 also pro zelle 2,75 volt so und da sind wir wieder bei unseren sagen entwobenen 16,5 die wir niemals benutzen durften ja zu den alten zeiten damals hier aus dem buch war das wohl noch ein bisschen anders ja und der letzte kandidat ist dann das buch von 1897 und da lesen wir euch einfach mal den text vor um akkumulatoren im guten zustand zu erhalten muss man dies selben täglich vollständig laden bis blasen aufsteigen und darf sie nicht zu schnell entladen die verdünnung der säure sollte 1,15 bis betragen also in dem buch finde ich nur die ruhespannung der batterie also sagen wir jetzt mal grob 1900 laut diesem buch gab es keine ladeschlussspannung sondern bis sie ordentlich geblubbert haben sag ich mal